Hi meine Freunde. Eine Sache muss ich mal kurz klarstellen. Wir haben nicht ganz so viele Follower, aber wir haben eine extreme Reichweite. In diesem Sinne. Weiter geht's. Was war das Schönste, was Sie beim Zahnarzt erlebt haben? Gar nichts. Und das Schlimmste? Auch nichts. War immer gut? Das sind meine Zähne am Ende. Schön. Alle Zähne. Super. Alles Gute. So ein paar Goldkronen sind da aufgeblitzt. Früher hat man alles mit Goldkronen versorgt. Hören Sie mal, ich habe Sie das letzte Mal schon gefragt. Sitzen Sie immer noch hier oder schon wieder? Und wieder. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Hör mal. Was müssen Zahnärzte besser machen, mein Lieber? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich war schon seit Jahren nicht mehr beim Zahnarzt. Wieso nicht? Keine Beschwerden oder was? Ne. Komm mal vorbei. Damit das auch so bleibt. Alles Gute. Fragt er sich natürlich, wo er vorbeikommen soll. Ich rede hier stellvertretend für alle Zahnärzte in Deutschland. Wieso nicht? Ich bin ja nie. Ich bin ja nie. Vielen Dank.